Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Sex gehabt? Ok, in Ihrer Antwort geht niemand etwas an. Aber ich will gerade laut denken und ich denke, auch Schwule müssen die Frage nicht beantworten. Machen Sie aber, wenn Sie Blut spenden wollen? Natürlich nicht so direkt. Sie dürfen aber mindestens ein Jahr vor Ihrer Blutspende kein Sex mehr haben. So schlägt sich der Fall der Dachverband für Blutspende vor. Immerhin wäre das für Schwule eine Möglichkeit, bei Ihrem Blut Leben zu retten. Bis jetzt war es Ihnen komplett verboten. Sie gehören zu einer Risikogruppe, so Begründung. Diskriminierung pur, kann es nicht anders sein. Weil auch Experten sagen, dass das Verbot ein alter Zopf aus den 80er Jahren ist. Wenn jemand den Fragebogen ehrlich ausfüllt, kann jegliche Gefahr einer HIV-Infektion ausgeschlossen werden. Mit dem heutigen Testverfahren können ausserdem schon frische Infektionen sofort entdeckt werden. Kurzum, aus medizinischer Sicht besteht also kein Grund, zum schwulen Blutspenden zu verbieten. Es stellt sich die Frage, was ist gescheiter? An alten, verstobeten Verbot festzuhalten oder leben zu retten? Und ich glaube, eine Antwort muss man sich nicht zweimal überlegen. Jetzt wird auch unufthema, wenn man ihn nicht mehr verraten hat, ist als gebäude. ich glaube, für den Tag des Az thrte. nachdem man sich die Fluss-Infektion mit denen Wohlfach nicht umfekt, wenn man sich die Fluss-Infektion, was damit beeler. Das war so auf einmal die Fluss-Infektion. Auch wenn man es die Fluss-Infektion war, Vielen Dank.